Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Heute ein kurzes Video als Update, weil K28 gegossen wurde, also der Kelchfuß. Deswegen hier die Markierung in grün. Jetzt 22 Kelchfüße. Fehlen also noch diese sechs hier von K21 bis K26 und ich habe hier unten noch ein bisschen Markierungen oder Beschriftungen rein geklebt und hier die Markierung und dafür gehen wir erstmal in die Vergangenheit ein bisschen. Dann kann man sehen, die Notausgänge, die Aussparungen, die teilweise vorbereitet waren. Ich glaube hier und hier war nur die Deckenschicht vorbereitet, so wie das nach dem Schnitt aussieht. Und hier habe ich mal eine Markierung gesetzt an der Stelle, an der damals die Aussparung gesetzt wurde. Und wenn wir hier das zurücknehmen, also einfach überblenden, können wir uns merken, schauen, wo wir den Notausgang Bahnsteig 1 erwarten können. Zur Übersicht auf Folie 1, da haben wir auch nur diese Zahl ergänzen müssen, aber wir können ein bisschen reinschauen. Schwindgasse D5 bekommt mittlerweile die obere Lage für die Armierung. Nochmal zurück und hier dieses Eck wurde jetzt auch ausgefüllt mit Bewährungsstahl. K13 ist offensichtlich komplett in der Armierungsphase fertig. Die Innenschalung fast fertig, also hier ein Element, ein Segment fehlt noch und die Holzumrandung, damit der Beton nicht runter schwappt, ist fast fertig. Also der Kreis ist gesetzt und hier hinten braucht es noch Schalung. Sehen wir gleich noch im anderen Bild. Und hier bei K17, da kann man sehr schön sehen, wie die Schalung angebracht wird. Auf dem Bild werden wir wahrscheinlich beim Außenring dann auch die ersten Schalungselemente sehen können. Bei R10, Innenschalung wird abgenommen und bei D10 Schwindgasse hier an der Seitenwand sieht es aus, als wäre die Armierung fertig. Also jetzt noch die Schalung hier außen ran. Dann könnte man betonieren. Kann auch sein, dass noch gewartet wird und dass noch hier Schwindgasse eingefügt wird. Ich weiß nicht, ob die Schrumpfung von K19 schon abgeschlossen ist. Jedenfalls, ich denke, es gibt von den Schwindgassen Schalungen eine halbe Breite des Bahnhofstrokes. Wir haben immer nur eine halbe gesehen. Das reicht ja auch aus. Und die ist ja gerade bei, nochmal nochmal zurück, D5. Also hier die komplette Schalungseinheit hier drunter. Und wenn D5 gegossen ist, kann sie rüber gebracht werden mit dem Kerrele zu D10. Bei K7 sehen wir auch schon die erste Lage. Armierungsstahl. Hier noch ein bisschen undeutlich, aber im nächsten Bild sehen wir es dann gleich besser oder im Folie 6. Und hier hinten passiert einiges. Danke für die Hinweise auf Google Fotos und im Slack. Da wird ein Gerüst aufgebaut, eine Einhausung. Bin gespannt, was es wird. So, diese Folie hat man schon. Damit haben wir begonnen. Das ist hier die K28. Hier habe ich auch die Notausgänge Nord noch ein bisschen markiert und eingetragen. Das ist auch aktualisiert bei R5. Ja, das war ein bisschen gefummelt, aber jetzt habe ich es glaube ich richtig drauf mit dem, was da noch fehlt. Dann haben wir hier K28. Der Kelchfuß ist betoniert mit Link auf dieses Bild, das wir bei Folie 2 haben. Da habe ich letztes Mal schon, also nach dem letzten Video ein bisschen was geschrieben, aber nicht sehr viel. Also ich erkläre sowieso immer alles, aber da kann man es nachlesen. Jetzt wie angesprochen K7. Und da hinten sehen wir nochmal diesen Aufbau des Baustellenfest bei Häuschen. So, K13 jetzt, wie vorhin angedeutet. Also hier braucht es noch die Schalung. Und die letzten Segmente der Innenschalung. Bei D5 kann man auch noch ein bisschen reinspickeln hier. K15 Galerie Stütze ist in Arbeit und das ist ja interessant. Da wird etwas Größeres geplant. K17. Wir sehen jetzt schon die ersten Schalungselemente, die an der Wand anliegen. Also das hier und diese waren letzte Woche schon. Danke für den Hinweis auf Google Fotos. Das ist offensichtlich korrekt. Die liegen sauber an und die ergänzen dann den Außenring der Schalungseinheit. Ja, bei BA21 wird fleißig weitergeschafft. Ein Gründungspfahl nach dem anderen. Ja, das ist interessant. Hier Rückbau. Wir hatten ja hier eine Verstärkung. Verstärkung. Denn der Verbau an der Seite wurde hier oben mit einem Beton, naja, Krone ist glaube ich das falsche Wort, aber das wurde verstärkt, weil diese Stahlträger im Verbau, die gingen so weit runter wie gewünscht. Und die anderen konnten nicht ganz runter, weil drunter ja die Tunnel sind, die neuen Tunnel der Stadtbahn. Und dann hatten wir sie oben einfach mit dem, mit der Betonverbund verstärkt, sodass die Kraft übertragen wird. Die wurden jetzt weggefressen und der kratzt hier, denke ich mal, jetzt alles sauber aus. Die Stille wurde ja auch oft gern benutzt als für den Restbeton aus dem Mischer. Muss ja alles weg, wird zerkleinert, gibt neuen Schotter. Ja, also das wäre soweit von der Jägerstraße. Äh, von Blick nach Norden mit der Jägerstraße. Und hier hinten sehen wir die Verfüllung. Das wird ordentlich zugebuddelt bei B1. B1, also da fehlt noch das Eck mehr sehen hier. Das kann man vergleichen mit den alten. Diese große Aufkantung. Kommt einiges rein. Schwallbauwerk Nord wird gerade an der Deckenabschlussplatte gearbeitet. Und das dauert auch nicht mehr sehr lange. Dann wäre es abgeschlossen. Zwischenangriff Rosenstein, da habe ich jetzt dreimal drin. Einmal vom 4. Juni, da wird diese Deckenplatteneinheit betoniert. Und am 6. Juni der nächste Abschnitt. Nochmal zurück. Das vom 4. Juni, da habe ich ja ein Video gemacht. Da war ich hier an der Seite gestanden mit einer Leiter, Stehleiter. Konnte ich ein bisschen drüber schauen. Und genau, 6. Juni, der nächste Abschnitt. Und Stand heute, Anschluss ans Runde, braucht nicht mehr lang. Noch ein bisschen rein. Zwischenangriff Abstellbahnhof. Da ist die erste Deckeneinheit betoniert mit dem Anschluss, mit der Hochkantung hier. An den runden Tunnel. Also es geht ungefähr so weit rein. Und das Segment sieht aus, als wartet es nur noch auf die Betonpumpe. Und dann haben wir noch das Segment dazwischen und das hier vorne. Dann wäre der kleine Tunnel, der Rettungszufahrt, Fernbahntunnel fertig. Hier unten geht es weiter mit den Seitenwänden. Auf der Seite kann man hier nicht einblicken. Und da unten nur noch ein Betonplattenabschnitt. Ein Betonplattenabschnitt. Letzte Folie hier von der Station NBS am Flughafen. Und wir sehen Vortriebsstand 7.6. Das heißt, das Ecke hier erscheint mittlerweile hier schön zu sehen in der Markierung. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.